hallo leute und herzlich willkommen bei der ersten folge oder bei der zweiten folge eigentlich clash city aber das ist mein erstes video davon ich habe ein stream schon gemacht und jetzt gehen wir auf dem server ich habe gestern noch ein bisschen was gemacht aber dann bin ich auch schon vom server runtergegangen das automatische springen erst mal ja da haben wir eigentlich zeit weiß was ich 10 uhr angefangen und jetzt haben also kassel seine schon früher und leute hier online sind ja sind schon ein paar ich finde das auch nice also leute wäre wäre das erste wer den anfang nicht gesehen hat er könnte er kann im stream dann anschauen den anfang oder bei mir in meiner sicht ich habe ja das auch immer weil er hat alles aufgenommen mein bruder hat alles heute abend werde ich auch wieder so viel abgerissen kommen zum eingang stefan hat die alles von der alten phase nutz genommen ein guter könig bist das ist echt nice kraft attack oder clash city wie das eigentlich heißt die menschen wo der kreis da um das zu sagen und wenn es war nicht die kreis die kreis bei den jahren vielleicht bin ich noch ein paar die hat bevor wir weggehen wieder also haben gestern schon relativ viel diamanten die kreis heute auch wieder ein paar was auch wieder nein also der hund mag aber ist echt nice also wir sind immer zu viert also wir spielen halt immer zu viert also ich ich stefan kassian und mein bruder ich bin halt immer zu viel so ich komme dann wieder mal zu euch ich habe jetzt dann genug nieder wieder eigentlich muss ich eigentlich müsste ich mich eigentlich am schluss nennen aber es mache ich nicht alter ist hier gerade ich bin wieder da lol dass ein bisschen jeder den ganz durchgebracht also ich werde nicht nur das im stream spielt sondern auch es wird auch videos davon geben so leute bin wieder da ok und weiter geht es hier mickey maus abendrück kohle wir brauchen wirklich kohle mann habt ihr schon gesehen das video von bb hat schon über eine millionen dies leicht krassen ich weiß nicht warum das so viel dies sagt es ist einfach krassen ich nehme eine hunde erwartet das einzige wieder muss ich mich nicht richtig ich glaube vielleicht ist hier echt was Prozent Prozent ganz genug Zeug spielst du m und seit Jahren nicht was sie übelten was soll das wenn man sagt schnittstatt im schnitt es ist ein zeichen für die deutsche bahn und dann ein paar Födern das ist ein Eisenspielzucker, ja, okay bisschen Wolle da kann ich das ich hab ne Holzachs, für was hab ich ne Holzachs? Glasklatsch, können wir nachfahren, ne? Leute, ich brauch wirklich mal Bruststeine, ich hab gar keinen Bruststeine hier äh, hier ich baue grad wieder ein bisschen ab, ne? wir haben eh genug Wolle, können wir eh alles wieder weitermachen hier ist so viel Wasser, ne? Hier unten könnte echt was sein, ne? also du könntest einne wieder Bücher machen ach man, also mein Bruder nimmt das auch die ganze Zeit auf, ne? also alles was du spielst, nimmt mir drauf, ne? ne, fröh much alles was du spielst, nimmt mir drauf ne? ist eh gut, weil dann kann man halt irgendwas auch schon die erste Folge ohne, heute kommt die zweite Folge und es soll ja schneller Portal bei uns ausmachen kannst du machen, ja also bei der alten Base, meine ich jetzt ne, 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 lass ein, das ist das Wasser kannst du lassen das ist ein gutes pp gerät ab jetzt ist nichts mehr gutes in den kisten drinnen gute also gute schokolade ich hab alles guter schokolade da habt ihr ja alles wenn man es dann braucht er nicht mehr dann kriegt er halt nur mal das obsidian das ist ja das ist ein schwert mit verbrennungen war aber das cool aber jetzt in kraft attack braucht man das nicht unbedingt aber ja könnte man eigentlich schon ich habe immer eine spitzhacke mit dem körper aber ich habe keine spitzhacke 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 ich habe nichts habe ich aber da mach ich mal ein bisschen holen stefan stefan ich mein koffer koffer hier du kannst da die burg weiter bauen während ich und stefan fahren wir haben einfach so eine riesige alte unsere burg ist so krass gar keine waffen aber du hast keine waffe keine spitzhacke ja ich weiß aber keine spitzhacke ich mache hier mit dem wird mache ich ein bisschen die löcher zu das macht so viel bock so warte mal wo habe ich denn das kündchen jeder eine base ich muss die base wieder suchen ja hier sind ganz leicht zu finden wir haben ja so viele wege damit damit auch wir gar nicht wissen der west wo das wo die burg ist ich schreibe mal nehmen wir gerade auf ähm wir brauchen aber wir brauchen aber immer die burg zu erhöhen oder außer drüben noch den turm zu fertig zu bauen aber wenn ich alter nein nein ich habe ich habe alle sind hier viele monster hat gewissen das ist schon hier diesen weg gebaut ich habe gar keine faktor mehr zwei skelette die skelette schieße ich wollte hier dass du die mauer einfach zwei flücke dicker machst stefan ist ein creeper geragt also ich nenne ich nenne das einfach minecraft clash city 2 weil wir den anfang im stream gemacht haben und dann beim nächsten stream ist dann clash city 3 also damit ihr das alles nach der reihenfolge seht ne habt ihr schon eins gemacht ne im stream ja ich nenne den stream so was soll ich oder stream heißt clash city 1 stefan 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 verstanden stefan 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 das nehmen wir auch ohne mehr ich weiß ja ich weiß kein taghorst oh uuuh 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 Also wie lang soll ich das Video denn machen? He, hoi, Snickers, man. Wie lang soll ich das Video machen? Ich würde sagen 20 Minuten, oder? Ja. Weil wir spielen dann eh im Stream wieder weiter. Weil es ist blöd, mehrere Folgen aufzunehmen, weil wir ja im Stream dann eh weiterspielen, ne? Du brauchst doch nicht ganz aufhören. Da Dago ist bei uns. Ja, schon, aber. Ja, da schon. Mit sich jetzt so denken. Ja, die hat hier noch shiftet. Eine Statue vom Snickers, man. Ja, könnte man ja theoretisch machen. Ja, könnte man bauen. Ja, da wo ich's kann's mit so vorkreisen. Ja, dann ist es so. Ja. Dago hat grad mega schlechtes Internet, oder ist das ein Bug? Ich weiß nicht. Das ist ein Bug. Ja, ich glaub, er hat ja eine 50.000er leitet. Bitte mach Regen aus, Darko. Das sind jetzt seit Tags, seit Wochen, seit Monats. Und seit Tags. Boah, ich muss ja echt wieder zurückkriegen, ne? Das ist mega schwer. Warte mal, hier. Jungs, 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 Jungs. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Weil diese ganzen Wege sind halt so da kann man sich so leicht verlaufen. Ich hasse Creeper-English. Ja, die Creeper, ja, ich weiß. Die sind nervig. Aber ich kill die halt immer, ne? Ja, Creeper sind auch sehr wichtig. Ja. Damit kann man ne Falle, damit ich für schwarzpulver, damit man ne Falle machen kann. Ja, so ne Falle, so TNT-Falle oder sowas. Wo ist eine TNT-Falle? Ne, TNT-Falle. Das ist einfach so bam, bam, bam. TNT-Rom? Können wir doch mal. Ne, warte, hier hab ich ja mal gegraben, ne? Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit nur Scheiße schreiben, aber egal. Muss jetzt hier echt... Ne, warte mal. Ich find gar nicht, wo die Base... Ja, der Herr Cleeper so, ey. Ja, ist wirklich so. Mein Lehrer, mein Lehrer, der ist ihm wirklich so. So, Gomes sagt... Warte, der hat Dialekt geschrieben, so. Ich sag jetzt mal, was das heißt. Kind ihr nicht alle Gurschenheuten. Na, kennen wir nicht. So. Herr Dialekt. Ne, ist so. Also er hat gesagt, heißt so viel, wie könnt ihr nicht eure Fresse halten? Und ich so, nein, können wir nicht. Ne, können wir nicht, ne? Weil wir ja gerade auch nicht, ne? Das ist ein Verfalle. Pfannekuchen sind nicht... Ich find das immer so lustig, so Dialekt schreiben. Mh. He, Lazy Boy wurde getötet. Die Zombie Villages sind cool. Was? Hat das 7 Abos? Ich glaub, das ist noch immer 5 Abos. Also, Andy, du musst mal was machen, sonst kommen keine Abonnenten zu dir. Ja, das ist halt so. Ich soll mal Verstellung machen. Müsst du auch packen? Ich denk mal nicht, dass er aufnimmt, oder? Ich kann gleich mal aufnehmen. Ja, Leute, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Leute, jetzt willkommen wieder zurück zur neuen Folge. Let's play. Ich ess das einfach, oder? In Klammern. In Klammern. So viel Leben zieht man das gar nicht ab, oder? Wir bauen hier die Mauer doppelt. Ich muss die jetzt einfach hier weg essen, ne? Leute, sterben werde ich davon eh nicht. Nee, sterben tue ich davon echt nicht. Damit ich den Platz aus dem Himmel da weg habe, ne? Habe ich jetzt extra gemacht. Ja, ich weiß, ist eine dumme Idee, aber ist ja egal. Gestorben bin ich ja nicht, also ist alles okay. Warte mal, hier ist auch nichts. Ich muss meine Base, ich muss echt die Base finden. Ich hab gleich keine Steinziegel mehr. Ich baue hier gerade die Mauer schon doppelt. Doppelt gemoppelt, ne? Juli ist drauf. Oh mein Gott, da ist ein Skelett. Da ist ein Slime. Da ist ein Slime in der Nähe von unserer Base, ne? Da ist so ein Loch. Ja, ich weiß, ähm... Kann ich noch mehr Steinchen an dir sehen? Oh mein Gott, Leute, ich bin ja tot. Da ist kein Stein mehr, Leute. Du musst jetzt hier sowas von aufpassen, ne? Also keine, äh, ähm... Stein... Kugelfisch ist man nicht, ne? Oh, ist Fünnchen. Ich weiß, ausstieg und fahrt der Kugelfast. Ne, warum? Was laverst du? Was laverst du? Wow! Nein, warum sollte ich? Julian, fantastisch, wenn du hier wieder gemacht. Ja, diese Creeper sind echt dumm, ne? Mann, nee, ich will nicht mehr. Weißt du, wie lange ich dafür in Neter farmen muss? Das sind mindestens 200 Jahre. Ich sehe mich auch noch stehen. Und Stefan? Keine Ahnung. Ist das Skate überhaupt da, ja? Herr Kokain, naja, stimmt echt, ja, das Lied kenne ich ja. Ich habe YouTube gequittet. Wieso quitten alle? Ich verstehe das denn nicht. Ich habe gar keinen Bock mehr. Woher, woher kam der? Wir haben hier alles erleuchtet und der kann jetzt spawnen? Ne, die kommen über die Mauer drüber. Ja, wie denn? Creeper haben keine Hände. Creeper können sowas nicht. Ich habe richtig viele Setzlinge, ne? Zuckerrohr habe ich in dem Inventar. Faden kann ich hier rein tun, einfach, oder? Das Steinschwert kann ich mal nehmen, ne? Die Holzspitake kann ich dann auch so verwenden zum abbauen. Fabi? Ja? Willst du mal wieder farmen? Ich jetzt wieder in Neter. Kann ich machen, ja. Ja, als Glück, aber... Soll ich mit der... Soll ich mit der Zadier-Spitake hin? Nee, das Hand. Schau, wie schnell man regeneriert. Kassi. Damit der Deer-Spitake nicht zu sein. Ja, sicher. Ganz viel schneller. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. In diese ganzen Slimes. Ich kill die Slimes, ne? Ja, die Slimes sind gut. Jetzt kriege ich Slime-Blöcke, alter. Für was brauche ich denn das? Jetzt habe ich... Das ist einfach ein bisschen gut für TT. Jetzt habe ich Schleimball, ne? Alter, da sterben gerade Zombie-Pigmen. Nehmen wir das einfach und bauen wir uns hier hoch. Da steht gerade ein Zombie-Pigmen in uns im Bord. Ja, das ist die Zombie-Pigmen, äh, den es geht. Milk. Ich muss wieder essen. Ich habe gar nicht mehr viel zu essen, deswegen... Muss ich gucken. Das schmeißen wir hier rein. Soll ich wieder zu eurer... Zu... Zur Burg kommen, ne? Du warst gerade schon so großartig. Weil ich habe gerade so ein Lied im Kopf. Ich habe gerade so ein Lied im Kopf. Ich mache... Ich sing es mal lieber nicht, alter. Wenn die Farbe entkackt... ... dann kackt er wo an mich. Nein. Mann, mir fehlt ein halbes Herz, Mann. Egal. Alles klar. So. Jetzt kann ich auch raggen, Leute. Nita, nice. Oh, 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 oh. Ich habe schon 26 Levels. Hey. Hey, schau mal, Juli, an mich an. Also, wie weit habt ihr schon gebaut? Das ist, wenn Chaos flog auf die Straße rum. Ja, aber das passiert, wenn Grunk auf die Straße... Kassi! Ich darf jetzt wieder nicht so lange aufnehmen. Ich beende jetzt auch gleich das Video. Dann spiele ich einfach... Ja, dann passt jetzt. Dann spiele ich einfach im Stream weiter, ne? Beauty Bendercraft. Also, es ist schon hier ein Metern dabei, was ich sagen müsste. So, diese Dissercraft ist ein Metern, ja? Alter, wie viel Schafe ihr und Kühe ihr habt, ne? Nicht töten! Sonst kommt... Nee, mach ich es nicht. Oh, ja, wer... So, ich bin wieder da, aber kurz Heck. Heck, gut. Das war schon ein bisschen lang, aber egal. Das hat gerade... Diamantspitzer gab die hier. Ja, bei mir waren einfach richtig viele Zombie-Pygamans hinter mir her. Jetzt kommt noch mehr! Warte mal, ich mach mal ganz kurz. Das hier, dann hat der Problem ein bisschen mehr, dann kann ich den hier reinbringen. Warum kann ich nichts in die zweite Hand reinlegen? Das geht irgendwie. Das geht nicht. Wegen der Clugging. Och, mach egal. Javi! Ja? Drago, vor dir. Der ist einfach schon ein Todeskuchen, okay? Bam. Ja, okay, meine Hündchen, kommt rein. Passt, ich hab noch mehr Hunde. Ja. Hey, was macht Todeskuchen? Das ist eigentlich kein Kampfprojekt, das ist eher so zum Bauen. Wir machen ein Todeskuchen bei uns. Mann, die sind Freunde, die sind Nachbarn von uns, die dürfen das. Wir haben schon viel, wir haben schon viel getauscht miteinander. Oder zum Beispiel mit Andy haben wir auch schon, die hat uns viel Zucker rausgegeben. Ohne, ohne Delay kann ich nicht kennen, nee, das ist scheiße. Hab ich alles auf Platte? Die 1.11 ist halt scheiße. Nee, die 1.11 ist halt scheiße. Ja, die sind nicht geil. Ich bin zu Hydra. Ja, aber das Kämpfen ist halt echt scheiße. Das ist das Einzige, was mir gar nicht gefällt. Ich hab' nicht gesehen, ich hab' nicht gesehen. Ich hab' nicht gesehen, ich hab' nicht gesehen. Ich find' das ein Stress. Lass' sie hinsetzen, Stefan, lass' sie hinsetzen. Lass' sie, wir brauchen nicht. Was? Die Hunde sind aufgestanden, warum auch immer. Wer hat geschlagen, wer hat jemanden geschlagen? Ich glaub, Stefan wurde irgendwie geschlagen. Ja, das sind meine Hunde. So. Ne, die, die, einer sitzt hier. Ich kann nicht die ganze Zeit in den Chat reinkommen. Ja, das sind alles meine Hunde. Ja, okay. Ja, okay, ich hab' wieder ein bisschen was. Äh. Ich hab' wieder ganz viel Netter, die ganz... Also, wir haben gar keine Kohle. Ich, ich tu' nur Stein rein, ne? Wir haben gar keine Kohle, da ist ein bisschen Kohle. Äh. 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 Warte, ich tu rein, ne? Äh. Das, 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 das. Ich hab' auch noch ein bisschen. Ich geh' jetzt einfach für alles ein bisschen rein. Ich mach' noch ein paar Öfen. Äh. Hat der eigentlich schon Kartoffeln angebaut? Ne. Ne, haben wir nicht. Ich mein' Kartoffeln. Ich werd' jetzt auf einmal ein Video beenden, ne? Also, es geht schon schon länger, ne? Da li- da liegt der mit drin, ne? Also, falls ihr auf einmal klar ein bisschen was ist. Okay. Und dann wär' ich im Stream wahrscheinlich erst weiterspielen, ne? Dann wär' ich Stream dann heute wieder ein Spiel mal wieder ein bisschen weiter, ne? Warte, ich mach' das. 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 Warte, ich mach' das auch gut aufhörbe. Warte, wir, wir, bei unserer Basis. Hat er ein bisschen geprüft so. Okay, Leute, dann beende ich auf jeden Fall das Video, ne? Also, dann sehen wir uns im Stream wieder, Leute. Dann werde ich im Stream ein bisschen weiterspielen. Ich geh' jetzt auch wieder vom Server. Dann spiel' ich im Stream dann einfach wieder, Leute. Äh, spiel' ich dann einfach wieder weiter. Äh, ja, dann würde ich sagen, bis... Heute geht's bei mir ein Video. Ja, dann bis heute Abend beim Stream. Tschüss. 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 T subscribe K